Ich möchte ihn mal aufhören und mit Steinen schweißen, ja dann! Kommt ihr zu mir? Fresse von dir! Ah ja, gut. Ja, Dreck! Bisschen schulden das immer. Oh, jetzt noch. Hey, warte mal! Aber du, ich glaube da echt viel Papier entliegt. Nee, auch wenn der Dreck jetzt wär, halte ich da vorne nicht, Alter. Oh, jetzt eine kurze Überlegung. Ah! 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 Ah!